Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von First Minecraft. Ja, ihr könnt schon sehen, ich habe ein Dach über dem Kopf, also ein Dach aus Erde. Juhu, das habe ich mir schon immer gewünscht. Ein Dach aus Erde, ja, danke. Und gehe ich auf keine Wände, nein Spaß. Das ist nicht mein Dach, also auch nicht mein Haus. Mein Haus ist da drüber. Aber ich habe euch ja in der letzten Folge gesagt, ich werde jetzt hier so offline ein bisschen hier so das Zeranformen und so und schon so anfangen mein Haus zu bauen. Ja, ich hatte einfach keinen Bock, das alles hier mit der Schaufel so runter zu machen, aber habe ich einfach hier überall mit Dirt so eine kleine Plattform gebaut. Und wie es oben aussieht, werden wir gleich sehen. Okay, also ich habe schon mal, also das Haus ist noch nicht fertig, aber ich habe schon so mal so einen Grundriss gemacht. Aus Steinen und so, also es wird auf jeden Fall noch nicht so aussehen, also es wird definitiv anders aussehen, also keine Angst. Also nicht erschrecken, wenn ihr es jetzt seht, also ich gehe jetzt mal nach oben. Okay, so wird es aussehen. So ist der Grundriss, also es wird zu groß sein. Ja, ich glaube, ist ein bisschen zu groß, aber ja, komm schon. Irgendwas packen wir hier noch rein. Cool ist so vielleicht ein Heimkino. Hier ist man jetzt niemand, aber komm, kann man ja mal machen. Mein erstes eigenes Projekt, also ja, komm. Also ja, es wird so groß sein, was für Räume es da drin geben wird und was da also reinbauen werde. Also das weiß ich noch nicht. Das überlege ich mir noch. Und ja, was das da bedeutet, ich habe ja nicht so vor, hier so ein Steg aufs Meer zu machen. Also aus Holz so ein Steg zu machen. Also, ich zeige es euch mal kurz. So, raset mal kurz. Ja, also einfach so ein Steg aufs Meer, wo man das drauflaufen kann und ja, aufs Meer, auf den See zu schauen. In dieser Folge werde ich nicht besonders viel machen, weil ich habe gleich noch einen Termin. Ich wollte halt kurz so einen Zwischenstand euch zeigen. Ich werde auch gleich mal kurz irgendwas enchanten. Ich hole mal, glaube ich, mache mir, glaube ich, aus Dias mal kurz eine Diaspitzhacke. Ähm, oder enchanten wir mal, weil ich würde das später werden, dass ich auch Holz habe. Ich brauche mal kurz Holz oder einfach Sticks. Sticks, Sticks, Sticks. Äh, komm, nimm mal. Ähm, so. Die enchanten wir jetzt auch mal. Uh, getting an upgrade. Nice. Larpis nehmen wir mal und dann enchanten wir mal. So, was bekommen wir? Wir bekommen für 3 Level Efficiency 1, also, ja, geht. Oder Unbreaking 1. Ich nehme mal Efficiency 1. Und bekomme Efficiency 1. Nichts anderes. Ja, es geht besser, definitiv, aber, ja gut, was möchte man? Sonst, ja, ich werde auch mal kurz die Sammel aus der Kiste mal in den Ofen tun und alles durchschmelzen. Weil, kein Bock, dass er einfach so eine Kiste rumsteht. Ja, ihr könnt auch sehen, äh, ich hab hier so ein bisschen, dass er zugebaut. Ich hab hier bisschen so die Schlucht zugebaut und so. Und hier ist auch so eine Höhle, der wir noch nicht drin war. Ich glaube, in der nächsten Folge gehen wir da mal rein. Ähm, weil, ja, ein bisschen Farben müssen wir auch, weil ich brauch Stein und so. Also, ich müsste auch mal Clay fahren gehen, weil, ohne Clay werde ich mein Haus, glaube ich, nicht bauen können, weil, diese Sachen, also, diese, ähm, ähm, äh, diese Stein, werde ich, ähm, durch Ziegelsteine ersetzen. Und, ähm, durch Ziegelsteine, und so, ähm, werde ich es ersetzen. Und, ob, ich muss auch noch diesen Seechir flachlegen. Glockenlegen meine ich, äh, ja, das mache ich einfach anders. Oder komm, machen wir es jetzt. Ja, ähm, da kam auch, also in dieser Woche kam auch meine allererste Folge von Minecraft Bad Wars. Es geht für euch, wie ich sehe, sehr gut. Ähm, und hier ist noch ein kleines, also jetzt muss ich hier noch was kurz sagen, ähm, ich habe ja eigentlich noch eine zweite Folge von Minecraft Bad Wars aufgenommen, also schon eine zweite Folge. Und zwar, ähm, wollte ich die auf Render, also, den Tag, wo ich es auf die erste Folge gerendert habe, wollte ich die auf die zweite Render. Ja, äh, ich habe aber bemerkt, äh, die komplette Folge ist am Arsch. Ja, sie ist am Arsch. Und wisst ihr warum? Ähm, das ist einfach nur Black Screen. Einfach total Black Screen. Man hört nur meine Stimme, aber sonst sieht man nix. Nix. Und, ja, so eine Folge kann ich halt nicht rausbringen. Und, deswegen werde ich, ähm, später, wenn ich zu meinem Termin wieder zurückkomme, ähm, ja, eine neue Folge drehen. Und ich hoffe, ihr könnt mich verstehen, also, mich verstehen in dem Sinne, dass, äh, ich diese Folge einfach nicht rausbringen kann. Also, es war eine wirklich ziemlich spannende Folge, also wir haben uns ein ziemlich geiles Battle mit der gegnerischen Mannschaft, ähm, gemacht. Also, wir hatten ein ziemlich geiles Battle und die Folge war auch ziemlich lustig, muss ich sagen. Also, ziemlich viele Fails mit, mit drin, also, ja, es ist wirklich ziemlich schade, dass diese Folge nicht hochladen kann, aber, ja gut, ich möchte auch nicht, dass ihr nur meine Stimme hört. Weil, ja, es ist auch ein bisschen langweilig, also, ja, also, ja, ne, das machen wir nicht, also, ich gehe einfach mal auf die neue Folge, und, ja, ich würde dann mal sagen, ich wende mal auf diesen Part. Also, ja, ja, es ist ein ziemlich kurzer Part, also, sechs Minuten, äh, ja, geht besser, muss ich sagen. So, alle anderen Folgen von mir, die waren länger. So, aber ich mache jetzt mal kurz so eine kleinere Folge, wir sind jetzt bei zehn Minuten, also, ich würde mal sagen, das wäre es dann für diese Folge. Falls es euch gefallen hat, dann lasst doch eine kleine Bewertung da, ähm, Daumen nach oben, würde mich ziemlich freuen, lasst doch auch ein Abo da, falls ihr keine weiteren Folgen von mir verpassen wollt, und ich würde dann mal sagen, haut rein und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!